flasche mit kriegsbemalung die legendäre kriegsbemalung der ethik 0 plus 15 genauigkeit plus 10 prozent schaden plus 20 prozent maximale ausdauern für 20 sekunden und viel zu teuer die ganzen drecke sind hier allgemein ziemlich teuer wenn ich das so sagen darf oh ja und es ist ein neuer pitch ausgekommen was ich ganz toll finde nämlich wenn ich jetzt hier auf die filter sachen clique dann werden die sachen ausgeblendet noch nicht mehr ausgegraut ja ja aber ich kann hier zum beispiel mal das goldrot prim verkaufen mal kurz über ein versteck gucken verzauberungs typ und solche wertlosen sachen verkaufen hier haben wir ja auch ein paar war die artischen kleidungen das ist doppelt kettenpanzer ist dreifach guten brusthaltig brauchen wir nicht wenn wir einen außergewöhnlichen haben guter schuppenpanzer ist auch deutsch doppelt außergewöhnliche kit brust oder brauchen wir keine gute mehr guter schuppenpanzer außergewöhnlicher brustharnisch gute leder ist so wer mir glaube ich eine außergewöhnliche job guter gambos sonne gute rohrhaut rüstung niederes behalten wir mal umhangen wo ich die kaka kapuzen können weg von hier nichts von hier auch nichts und führen hier ebenso wenig was obwohl doch von hier hat habe ich glaube ich gesehen wir haben noch zwei bären klauen und haustiere verkaufen wir definitiv nicht ich könnte mal die fackeln wenigstens drei stück verkaufen so also auch brauchen wir keine fackeln und die dürften sich auch gar nicht so schnell auf brauchen so das zeug ist verkauft das heißt wir können jetzt mal mit dem oberdroiden hier reden wir wollen hier auf jeden fall kein streit anfangen auch wenn uns das komisch vorkommt was hier passiert kamer der blutopfer cover des feuer opfers also die springt da wirklich ihnen die lavagrufe rein die irren naja sind die fanatiker die in trotzbucht rumlaufen nicht genauso schlimm naja gut die zwölfen zum beispiel war nicht solchen mist hier mit stelle mit stelle es ist so schön ein zwerg steht auf einer erhöhten plattform und 11 auf einem steintisch hast du dich erst hörst du die zwerg mit tumpfer monotoner stimme sprechen weder im blut fließt so soll es sein es hätte so soll es jetzt fließen denn in dem zeichnen boden nähern wir sehen energie so die gemeinschaft bereichern geschieht es nach deinem eigenen willen bildsteller ja die stimme ist dasselbe ist hoch aber fest der zweck ergreift mit beiden hinten ein bein und hebt es über seinen kopf er wirft seinen schritt nach vorne und schlägt die waffe die brust des elfen ein dumpfes fleischiges geräusch ertönt blutspritze unter der klinge hervor und die schreie des opfers zerreißen die luft alos lippen kreuzen sich angewidert deswegen ist mir der zauberstab lieber als die klinge trotz seiner eben abgegebenen zustimmung will sie sich der windet der elf sich auf dem steintisch sein oberkörper bräumt sich auf werden seine arme beide festgebunden bleiben der zwerg bereitet währenddessen die arme aus und lässt so dass das blut seine rome bespritzt als selbst endlich still liegt sieht der zweck sein bei aus der leiche und wischt es seinem saum an seinem saum ab ok ströme rotbaten rotbraun blutes und gewebe fetzen haben sich ihren weg in die feinste rin des steins gebannt was sagen eigentlich so beide werte ich habe auch herausgefunden was stolz jetzt heißt das heißt eigentlich vernünftig und klug was h krim nicht ist also es ist gut wenn der wert auf eins bleibt leidenschaftlich ehrlich also schlau diplomatisch leidenschaftlich und ehrlich bei diplomatisch auch nichts ganz so zu haken passt schlau leidenschaftlich und ehrlich wohl eher also haken ist definitiv kein lügner deswegen ist das täuschen was wir unten haben schon mal schlecht aggressiv ist auch manchmal das gebe ich zu deswegen sollten wir auch jetzt mit ihm hier reden lassen der zweck trägt schale rote oben mit dunklen flecken und streifen die mit dunklen flecken und streifen übersetzt sind sein gesicht ist glatt es fehlt ihm aber die jugendliche elastizität es ist als hätten die falten und linien sich viele male gewählt und werden wieder ausradiert worden er wird trage mich die ich mit augen wie zwei schwarze gruben während er sein bei seinen roben abwischt sei gegrößt es trauen kommt der blut sands wird oder purpose was ist die stimme ist tief und traur sie hat wieder wie ein fluss in einer hohen hülle nimmer kurde und nachblutiger sind was ist der grund wer bist du die stimme passt definitiv zu ihm ich bin der erste heute der etik knoll seit jahrhundert ist bei der aufgabe unsere ritual zu führen und unser wissen zu schützen seine zwei schwarzen augen funkeln für diese arbeit ist eine gewisse belastbarkeit erforderlich aber sie hat durchaus ihre vorzüge erst dieses fast schon unheimlich kleines gesicht ist regelslos während er dich beobachtet erzählen wir mehr über tätig null wir sind ein rohen der seit der italienischen zeit in zwegen so besteht unsere gründer kamen aus der weismarke auf der suche nach einem ort an dem wir unsere glauben wie fried ausnehmen können die glauben leute zu empfangen und ihr blut in große potiche abzufüllen wie man hier oben sieht im gegensatz zu den meisten unserer glaphanischen brüder suchen wir antworten in der welt um uns herum nicht in den leeren der götter wir glauben dass alles leben macht besitzt und dass diese macht abgeschöpft und gesteuert werden kann wir sind nicht wie welche behaupten wahnsinnige und mörder all unsere ritual werden mit bereit wegen freiwilligen durchgeführt und mit die tonen die jahrhundert hinweg erprobt und verfeiert wurden ja also passt gut auf mein schüler du musst die axt in dem winkel in seinen brustkorb treiben weil sonst spritzt das blut nicht so richtig oder was für methoden sollen das bitte sein ganz ehrlich was wenn verrückter orden er nicht schwarzen augen glänzen das ermöglicht uns die kriegsbemahnung herzustellen für die wir respektiert werden wenn ich gar geliebt aus dem blut von irgendwelchen elfen ich will mir über opfer wissen ein keines lachen weg aus seinem mutter vor wir glauben nur dass die energie die freigegeben wird wenn etwas wertvolles geopfert wird anderswohin umgeleitet werden kann das unterscheidet sich kann von den praktiken anderer völker auf der welt also so dings seelen gedürzt was medien machen und andere seelen heinis da wird jetzt gerade das wort nicht ein wer war die erde flügen ein schiff segeln oder ein kann sie will muss man energie aufwenden er glänzt erhoben aber bekannt ist für unsere gestandenen opferungen sie sind die mächtigsten opfer die es gibt weil sie die meisten energie freigeben wir destillieren die essenz der ganzen seelen ruhe macht die den körper stärken die seelen kräftigen und das leben verlängern kann was ist kriegsbemahnung eine besondere salbe die ruhe essenz an den träger bindet sie verleiht dem kampf unglaubliche vorteile und hat uns für die stemme und unentbehrlich gemacht was sie auch über unsere praktiken sagen fast alle verdienen haben unsere kriegsbemahn schon einmal genutzt ein lächeln macht sich langsam auf seinem gesicht breit was wir wie selbst der lauteste widerspruch durch äußerste umstände verstummen kann ich möchte gerne kriegsbewahrung kaufen ich bin kein kaufmerzwerg sprich mit hüter war das sie muss irgendwo sein also mit hüterin weiter wie unterscheidet ihr euch von den ovanen des goldteils er kriegst ein trockenes lachen ich weiß nur vier ohne sich diesen namen ausgedacht hat er blickt sich dunkel und schade er blickt sich dunkel und schadefrohr an er war einmal so grün wie der rest des weides weißt du wir sind uns ähnlicher als sie zugeben wir glauben beide daran macht ohne zweistellige hilfe göttet zu erlangen aber ihre fantasie ist das reine erschaffen etwas aus nichts sie versperren sich der tatsache dass alles dem vermächtigen drachen bis zum kleines kassel den tod erfordert und die größten zwecke erfordert das größte opfer ein interessanter gedanken muss darüber nachdenken manche opfer sind einfach kostspielig so funktioniert die welt eben ich weigere mich das zu glauben ich stimme zu ich sorge mich ich sorge nur dafür dass ich das besser hätte manche opfer sind einfach zu kostspielig wie viele stammen stimmen die zu viele tappen von einem leben zum nächsten neben eine folge ihre zahlen jahren und erreichen nie etwas mehr mehr wollte ich nicht wissen wir sind fast schon unheimlich dass das gesicht ist regungslos du hast diesen mann erwartet er sagt den kopf eine allzu einfache moral ist hier nicht gültig ist aber mord hat damit nichts zu tun der glatte haut um seine monge herum legt sich kurz in falten er war es war ein opfer das freiläglich erbracht wurde das überleben aller dinge erfordert ein gleichgewicht geben und nehmen dieser grundsatz liegt im herzen aller macht wird etwas von wert verbraucht wird energie freigesetzt energie die karakterisiert werden kann wenn das nötige wenn man das wirklich gewissen besitzt dann heißt seinen kopf zu dir einige gestanden ob sie sich ein geschehen oder nicht tun dies wir nehmen die früchte des landes und das fleisch von tieren um zu leben und wir geben unser blutloser schweiß um die dinge die wir begehren zu mehren ja ich verstehe schon was er meint aber es klingt auch brutal ich verstehe was du meinst also angreifen werde ich ihn nicht so du bist hake wichtig beide hier sind überall solche hüter und flammenfäule oder alles mögliche und wir wollen uns auch nicht mit den klaffantaner draußen einfach scherzen dann bist du weiser als viele andere diese welt bietet viel macht für jede die den will und das wissen besitzen sie zu nutzen seine schwarzen augen tanzt ich lade dich ein halb zur kunden und mit unserem bildscher zu sprechen man kann viel lernen die die opfer beobachtet die andere bereit sind für einen größeren zweck zu geben vielleicht entscheidest du dich selbst sogar ein opfer dazu bieten nein sicher nicht er öffnet eine hand und hält sie dir hin die früchte und lege sind dunkle und braut nicht alle unsere opfer werden im blut geschrieben aber die mächtigsten werte ist vielleicht noch weil ich was erfahren nein dann lebt wohl also ich kann mit bildstiller reden ja ok verlassen wir dieses irrenhaus ich war ja eigentlich zuerst dabei und der blutige sand wäre eine art kampf arena als ich das erste mal davon gelesen habe aber das ist ein tempel voller irre die sich gegenseitig opfern also hauptsächlich sind es zwerge die andere leute opfern aber auf der einen seite kann ich ihnen nichts böses weil die glauben halt einfach an das was sie glauben und der elf hat sich auf hat sich auf freiwillig gemeldet auch wenn er seinen fehler zu spät erkannt hat da werden wir natürlich wieder bei der natürlich hinauslese die dummen sterben zuerst das bleibt auch wirklich stimmt gut da wollen wir jetzt mal nach eigentlich zuckt es mich ja doch in den fingern hier drüben mit den noch zum goldheit zu reden also das gehört von wegen dass unsere weckungen permanent sind oa noch will mit mir reden ich will stellen gar nicht weiß diese dem gang recht haben sitzen du und ich mit unserer weckung fest das ist die ich gerade die solchkeiten auf die ich gehofft hatte das bedeutet nur dass wir uns darauf konzentrieren müssen taus zu finden ich sage man wird auch nichts ändern das betrifft mich auch ich mache mir sorgen wie kommst du damit zurecht das ist ungerecht wir sitzen mit erinnerungen persönlichkeit lang vergangene zeilen fest wenigstens sind das für einen von euch gute nachrichten ist doch so isselbier ja wir tun alle auf jetzt noch fertig machen also heute haben wir eigentlich große lust drauf das ist so pannermäßig ist betrübt mich auch nehmen wir das direkte ist wir müssen das bedeutet nur dass wir uns darauf konzentrieren müssen taus zu sehen ja konzentriere dich auf das ziel eine vernünftige perspektive vor allem mit solch ungewissheit und weil ich hate to turn the subject back to myself this all has me thinking about isselmere ich bin stuck mit er na